Hallo Leute, heute gibt es für euch die Black Eyes aus dem Jahr 2019 aus dem Lidl im Test. Es ist eine sehr geile Batterie für einen Preis von ungefähr 16, 17 Euro. Immer echt schön zu haben. Es ist echt immer eine schöne Batterie und die ist bei mir eigentlich jedes Jahr mit dabei. Viel Spaß beim Test. Vielen Dank. Vielen Dank.